Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und heute mal ganz allgemeines Thema Achievements in Spielen beziehungsweise irgendwelche Einblendungen, was man alles tolles gepackt hat und wie toll man ist und wie großartig man ist und ich frage mich und da frage ich an der Stelle auch mal euch, inwieweit das denn tatsächlich motiviert? Also ich habe das Gefühl, die Hersteller denken, das scheint unglaublich wichtig, motiviert unglaublich ich meine es gibt ja alles mögliche, es gibt Steam Achievements, Uplay Achievements, Origin Achievements, Ingame Banner, Ingame Emblems irgendwelche Unlocks, irgendwelche Waffenskins, Battle Packs im Battle Lock, irgendwelche Dinger zum Anzeigen es gibt ja zig Dinger, ja tausende gibt es ja mittlerweile, was man sich so an Achievements und irgendwie sonstigen Sachen anlocken kann und sich anzeigen lassen kann und sowas in der Richtung und mich würde einfach mal interessieren, inwieweit trägt das denn wirklich zur Motivation bei das heißt, müsst ihr jetzt mal ein bisschen in euch gehen und mal überlegen, wie das ist denn ich kann ganz ehrlich sagen, bei mir, also es hält sich echt in Grenzen, ja muss ich wirklich sagen, ich meine, ich finde es richtig geil, wenn ein Spiel, was gut ist wenn einen das belohnt dafür, dass man wirklich lange dabei bleibt und es fällt ja bei solchen Spielen auch nicht schwer, weil das Spiel ist ja gut also sprich, wenn es dann sowas gibt, wie in Call of Duty 4 zum Beispiel in Goldskin wenn man gewisse Menge mit der Waffe gekillt hat, eine gewisse Menge Headshots oder so mit der Waffe gemacht hat sowas finde ich gut also sprich, wenn man das Game wirklich dafür belohnt, dass man dranbleibt, dass man auch besser wird dass man dann einfach zu Spiel weiterspielt allerdings mittlerweile ist es ja so, es gibt ja eine riesen Flut von Achievements und auch Ingame wenn man irgendwas geschafft hat, ne also es wird ja vor allem immer simpler, solche Einblendungen zu kriegen, ja so nach dem Motto, ich bin fünfmal gestorben und mach da einen Kill COME BACK denke ich mir auch immer, ja okay, ob das jetzt so geil ist, dass man da jetzt, dass das, ne so nach dem Motto, muss das jetzt echt sein oder so nach dem Motto, die sind ein Meter gelaufen, ne sowas fehlt jetzt da bloß noch andere, also nicht so zwei Kills und dann eine Multi-Kill-Anzeige so, naja gut, in gewisser Weise gab es das in einem Tournament schon aber es ist halt teilweise echt übertrieben und richtig affig wird es meiner Meinung nach wenn die Dinger so fett erscheinen auf dem Bildschirm, jede Runde wieder ähm, dass man teilweise Sachen vom Game nicht mehr sieht also das ist ja echt nicht Sinn und Zweck der Sache es gibt wirklich herausragende Sachen, die kann man durchaus würdigen mit irgendeinem Achievement was weiß ich, die erste Nuke mit dem Emblem oder sowas das ist ja in Ordnung oder keine Ahnung, tausend Headshots mit einer Waffe irgendwie, was weiß ich, 5000 Kills mit einem Panzer und solche Sachen das finde ich gut aber ich bin der Meinung, bei dieser ganzen Geschichte sollte es einfach nicht zu viel geben ja, und eins muss man wirklich sagen für die, die gar nichts auf die Reihe kriegen die selbst die einfachsten Sachen nicht freispielen können gibt es ja immer noch DLCs wo dann auch Waffenskins und solche Sachen dabei sind aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung, es gibt zu viel es gibt wirklich zu viel ich will vielleicht, sagen wir mal das ist ja schon alt, ja es gab es beispielsweise schon fällt mir gerade so ein irgendwie bei GoldenEye auf dem N64 konntest du schon bestimmte Sachen anloggen ja, oder in vielen Spielen konntest du dann quasi, wenn du bestimmte Sachen geschafft hast irgendwelche, in Anführungsstrichen, Cheats anloggen und das Spiel noch ein bisschen anders spielen und sowas das ist ja halt das finde ich ja auch wirklich gut da sag ich ja gar nichts dagegen aber es ist halt teilweise echt ein bisschen viel mehr es ist viel lieber es gibt, sagen wir mal, wirklich pro Waffe ein richtig schweres Achievement und dafür gibt es dann ein Goldskin oder sowas das ist halt cool, ja das ist dann wirklich was wo du das Spiel tatsächlich drei, vier Wochen am Stück mit dieser Waffe spielen musst und vor allem halt auch gescheit wenn dann wirklich so Sachen wie Headshots und sowas zählen dass man das in sinnvoller Zeit schafft da muss man das Spiel auch ein bisschen beherrschen sowas finde ich gut oder hier Emblems für die erste Nuke für die erste Moab oder kennen ihr das noch? oder sonstige Sachen das ist ja echt eine super Geschichte aber nicht für jeden Scheiß bitte, ja und das sind Sachen da hätte ich persönlich auch Bock drauf die anzulocken das finde ich geil ja, ich hab's in Collage durch die vier Beispiels was immer noch nicht geschafft Goldskins für alle Waffen zu kriegen das ist auch teilweise wirklich schwierig sowas finde ich geil das macht dann auch wirklich Bock wenn man sieht hey, ich hab das Spiel jetzt drei Monate gespielt hab immer noch eine Chance ähm sei es jetzt auch nur ein Service da oder irgendein neues Emblem oder sowas zu entlocken wenn ich weiß dass ich mit diesem Ding halt auch wirklich gut bin und das Coole ist halt dass es irgendwo auch zeigt ähm oder das ist auch so dann eine Auszeichnung ich meine, das soll ja ein Achievement sein dass es dann auch eine Auszeichnung ist wenn das andere sehen dass sie sagen boah ey hier, guck mal man sieht der hat's mit der Waffe richtig gerissen ne aber es ist halt einfach aktuell absolut äh Achievement und 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 Unlock und Gedöns ist halt gerade einfach viel zu hart also extrem überall und ich bin am Meinung das ist einfach zu viel und ich würde es einfach mal interessieren wie es euch da geht ob euch das tatsächlich motiviert oder ob es euch nur auf den Sack geht ich sage euch ganz ehrlich die immer gleichen Einblendungen wenn irgendwie das x-te Mal das gleiche Ingame passiert motivieren mich nicht die gehen mir ehrlich gesagt eher auf den Sack und ähm solche einzelnen Sachen wie Goldskins das kann mich wirklich motivieren aber auch nur wenn das Spiel wirklich gut ist dahinter eindeutig erzähl mir mal ich weiß nicht motiviert euch das wenn es wirklich überall tolle Achievements und sowas gibt ich weiß nicht also es hält sich bei mir echt sehr in Grenzen kommt ganz drauf an wie es ist also schreibt mal in die Kommentare was ihr dazu denkt das war's kurz und knackig macht's gut bis zum nächsten Mal Tschüss